Silber Kategorie Corporate Publishing DocCheck AG Geschäftsbericht 2017 Gesundheitsbrigaden Antwerpes AG Der Gesundheitsmarkt braucht neue, disruptive Ideen und Konzepte. Die DocCheck AG gründet deshalb eine revolutionäre Bewegung. Die Gesundheitsbrigaden Die Kampfschrift ist der Geschäftsbericht 2017, der zum Träger und Ausgangspunkt der DocCheck Unternehmens-DNA wird. In unterschiedlichen Events und mit Giveaways wird das Thema immer wieder belebt. Mit dem Claim Macht gesund, was euch gesund macht. Für eine bessere Healthcare-Welt. Kategorie Crossmediale und integrierte Kommunikationskampagne It's Now or Never Haufe Lexwear GmbH und CoKG Rheinsklaßen GmbH und CoKG Die Kampagne präsentiert Erfolgsgeschichten aus dem Mittelstand als Mutmacher. Eine Podcast-Serie vom erfolgreichen Scheitern baut Unwissen ab und der Viralspot beschreibt eine greifbare, digitale Gegenwart, die Unternehmer heute schon für morgen erfolgreich aufstellt. Das Ergebnis Über 20% der Befragten können sich jetzt vorstellen, die ersten Schritte der Digitalisierung anzugehen. Die Zugriffe auf die Lexwear Homepage werden um 24% gesteigert und 15% mehr Absatz generiert. Kategorie Crossmediale und integrierte Kommunikationskampagne Nur für Sie Regionalverband Ruhr TAS Emotional Marketing GmbH Wie macht man drei besonders innovative Branchenführer auf die Innovationskraft einer Region aufmerksam? Direkt. In Online-Medien, Social-Media-Spots und mit Lito-Mobilen wurden diese mit einer persönlichen Botschaft neugierig gemacht. Das Bochumer Unternehmen G-Data fragte Hallo Herr Käser, hallo Herr Zetsche, ich grüße Sie recht herzlich. Hallo Herr Hütkes, wissen Sie eigentlich, wer Ihren Kunden und Ihnen täglich den Arsch rettet? Na, die Köpfe von G-Data, Erfinder des kommerziellen Antivirus aus der Metropole Ruhr. Hütkes Antwort Toll finde ich natürlich, dass ihr mir den Allerwertesten rettet. Es folgte ein spannendes Treffen zum Thema IT-Security und der erste Schritt zur Zusammenarbeit mit der Metropole Ruhr. Kategorie Live Communication und Messen Merk 350 Global Employee Event Fischer Appelt AG und Fork Unstable Media AG Den One-Merk-Gedanken für Mitarbeiter erlebbar machen, war die Aufgabe der Curiosity, der Stadt der Neugier. Auf einer digitalen Plattform wurden alle Merk-Mitarbeiter involviert, um Curiosity zu erbauen. Mit einer 24-Stunden-Feier inklusive lokal adaptierten Shows an zwölf internationalen Standorten wurde Curiosity über Livestream rund um den Globus enthüllt. Am Hauptsitz von Merk wurde Curiosity auf 10.000 Quadratmetern Festivalfläche und mit 10.000 Gästen zum Leben erweckt. Das Highlight? Eine interaktive Show mit einem 700 Quadratmeter Fassadenmapping aus der Curiosity-Plattform. Das Ergebnis? 50.000 Posts, 40.000 Likes, 35.500 Kommentare und 150.000 private Nachrichten. Kategorie Live Communication und Messen Public Relations Lufthansa Cargo BMW Vision iNext Lufthansa Cargo AG Lufthansa Cargo wird zur Medienplattform für die Next-Level-Pressevorführung des BMW Concept Cars BMW Vision iNext. Mit 30 Tonnen Material wird eine Boeing 777F in einen Showroom verwandelt, plus Sonderlackierung auf der Außenhaut. 78.000 LEDs in 165 Video-LED-Modulen, 10.000-13.000 Ansi-Lumen-Projektoren und eine spektakuläre Drehbühne inszenieren den Vision iNext absolut innovativ. 5 Tage, 4 Destinationen, 3 Kontinente Ganz im Sinne unserer Kernkompetenz Hashtag Enabling Global Business bringt das Presse-Event eine große Marke in die Welt. Kategorie Live Communication und Messen IBM CeBIT 2018 Business Festival George P. Johnson GmbH Die IBM ist der globale strategische Partner für die Digitalisierung. Auf der CeBIT 2018 wurden diese Inhalte innovativ erlebbar gemacht und die Elemente Business und Festival verbunden. Mit dem IBM Cloudlifter in 70 Metern Höhe, dem Playground mit Bällen, der IBM Lounge und dem Bike Parcours waren Interaktion und Markenpräsenz gewährleistet. In Pavillons wurden die Business-Themen AI, Data, Cloud, Security und IoT gezeigt. Das Livestream-TV-Studio erreichte zusätzlich 55.000 virtuelle Besucher. Der Erfolg war in Social-Media-Reichweite messbar und der IBM-Stand war einer der bestbesuchten Stände der CeBIT 2018. Kategorie Cross-Mediale und Integrierte Kommunikationskampagne Public Relations Hessen Goes Global Hessische Produkte erobern die Welt Cup Curious GmbH Lufthansa Cargo als Wegbereiter für internationales Geschäft Das wurde mit dem Wettbewerb Hessen Goes Global transportiert. Aus zahlreichen Einreichungen zu Hessen Goes Global wurden fünf Finalisten ausgewählt, die ihr Unternehmen vorstellen und den kostenlosen Transport ihrer Produkte in ein Wunschland für ein ganzes Jahr gewinnen konnten. Nach dem Motto Enabling Global Business Lufthansa Cargo begleitete die Unternehmen kommunikativ. Das Feedback? 10.000 relevante Likes und exakt 187 Anfragen von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Kategorie Employer Branding Hashtag Hired as a Team Die viralste Recruiting-Kampagne Deutschlands Fischer Appelt AG Nach der Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin suchte die E-Commerce-Abteilung der Airline nach einem neuen Arbeitgeber. Wohlgemerkt nicht als Einzelkämpfer, sondern Hire us as a Team. Diese innovative Form der Jobsuche ging viral im Social Web und erlangte enorme Medienpräsenz in der Branchenpresse. Die Antwort kam von Franziska von Lewinsky, Digitalvorstand bei Fischer Appelt. Nice Team, we'll take it! Ein riesiger Recruiting-Erfolg und die Geburtsstunde der neuen Performance-Marketing-Einheit Fischer Appelt Performance. Wohlgemerkt nicht als Einzelkämpfer, sondern Wohlgemerkt nicht als Einzelkämpfer, sondern Wohlgemerkt nicht als Einzelkämpfer, sondern Wohlgemerkt nicht als Einzelkämpfer. Wohlgemerkt nicht als Einzelkämpfer, sondern Wohlgemerkt nicht als Einzelkämpfer, sondern Wohlgemerkt nicht als Einzelkämpfer. Vielen Dank.